So Leute, weiter geht's. Kinsey mit Lerncomputer. Der Wagen ist genial. Das sollte ich eigentlich auch mal in die Garage bringen. Wow, 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 wow. Achso, ich muss auf die Autobahn. Komm. Jetzt sind's drei Kilometer. Vollgas, mein Freund. Ich glaube, ich hab mir demnächst hier irgendwo in der Werkstatt und steck das Auto da mal rein und tun's. Das ist dann auch in meinem Versteck ab. Weil das geht richtig ab. Noch besser als der, äh, Polizeiwagen, den ich getunt hab. Und der Sound ist halt auch genial. Noch 700 Meter. Alter, wie weit ist sie da weg? Da, da war man schon. Ist ich doch selber schuld. Na, da hätte ich mit dem Auto auch hingehen. Ja. 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 Ja, nein. Ja. Ja. Und, wie Da gehts lang, komm, verpiss dich. Spass. Gut, da war ich jetzt nicht schnell genug. Alles klar. Oh Mann. 401 mal knapp verfehlt. Und bei 500 gibt's wahrscheinlich Respektpunkte oder sowas. Oh Mann. Ich hab die Aussage verpasst. Die Decke startet der Park. Das ist der Kassel. Wow. Da war wohl einer nicht angeschnallt. Muss ich denn hinfahren? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Wie kompliziert kann man's denn machen? Ja, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Das war's mit dem. So, mal schauen. Das war's mit dem. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. War's mit der Park. Geht's mal auf. Ich hab's ja nicht. So, wir müssen da rein. Maschinen auf den Cobb. Mensch. Oh, Schau. Alter. Wo kommen die alle her? Oh, ja 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 ja. Get a job. Oh, du beat me. Segwundersacken hier. Get moving. How do you know that? I have the security feed. Come here, it's... Okay, Garage. Blaue den Panzer. Sag mal, bist du behindert? Du musst da einsteigen. Ja, jetzt endlich. Okay. Okay, following the truck on the street campaign. Oh, God. What the hell are you doing? Going after the truck? I said don't use the tank. Relax. We won't use the cannon. Uh, Kinsey, you're breaking up. No, I'm not. You're just giving your mouth to pretend like you are. W-w-what's that, Kinsey? Ugh. Use the machine gun then, not the cannon. You think she's mad? Or, no. Not the cannon. What are you doing? Oh. Oh, I'm doing it. Okay. Oh, you're getting killed. ja jetzt ist er kaputt weil ich nur die Räder beschädigen hätte es sollen ja 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 nein 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 da brennt es so ein reifen müssen wir noch erwischen ja doch auf ja 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 und bis zum nächsten Mal.